wow onkel riecht ja ganz schön auf deiner ganze kruge voller ja eine ganze kruge ich hab schon butter pfeffer und salz drauf gemacht es gibt leute die wollen im mangel leben die finden das da gut onkel mach doch noch ein bisschen butter drauf geht jetzt nicht mit einer hand macht er noch ein bisschen kinder hat das geht mit einer hand gut mit einer hand also was wollte ich sagen es gibt menschen die haben sich den mangel ausgesucht es gibt andere die können diesen mangel nicht überwinden aber ich kann nur sagen bei mir ist füllhorn angesagt ja und ich bin auch nicht mit einem goldenen löffel im mund groß geworden der kam erst ein bisschen später ein bisschen später ja der kam erst ein bisschen später nur denn ein schön dienstag onkel ja man kaffee trinken klappe halten glücklich bleiben das ist meine kernkompetenz oder machte doch wie das blubbert mache ich ich wünsche eine schöne woche die ist ja nur schon fast rum eigentlich könnte ich jetzt schon in die wochenende planung hineingehen ja man wochenende planung schreibt doch mal einen einkaufszettel onkel jawohl einkaufszettel